Inmitten einer der romantischsten Landschaften Deutschlands, eingebettet zwischen den Buchten des Bodensees, liegt Lindau. Die Stadt verbindet auf organische Weise Freizeit, Erholung und Business. In direkter Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet Golfplatz hebt sich die Tanna Denkfabrik als markantes architektonisches Wahrzeichen aus der Umgebung hervor. Die geografische Lage der Denkfabrik verbindet in idealer Weise faszinierende Aussichten auf die wunderschöne Natur mit direkter Anbindung an den Autobahnzubringer und Lindaus Stadtzentrum. Für Firmen und Mitarbeiter stellt sich somit eine perfekte logistische Situation dar. Das Gebäude selbst wurde als äußerst großzügiger architektonischer Entwurf konzipiert. Durch die transluzente Räumlichkeit und das beeindruckende Atrium besteht eine helle, warme Atmosphäre zum Wohlfühlen. Durch solch einen Qualitätsarbeitsplatz wird Kreativität und effizientes Arbeiten für die Mitarbeiter ermöglicht. Es ist alles sehr freundlich, hell, wir haben Pflanzen hier um uns herum, kollegiale Atmosphäre. Es ist einfach schön zu arbeiten. Ich arbeite hier in der Tanna Denkfabrik sehr gerne, weil mir das Ambiente sehr gut gefällt und weil ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Der Gesamtkomplex beinhaltet für alle Arbeitskräfte ein großflächiges Parkhaus, elektronisches Sicherheitssystem, eine Rezeption, ein Bistro und eine Kinderkrippe. Außerdem Freiflächen mit Park und Teich, Ruheräume und ein Fitnessstudio, um Körper, Seele und Geist in Balance zu halten. Interessante Synergien ergeben sich durch die Vielzahl diverser Firmen im Hause. Tanna Denkfabrik – die ideale Location für Ihre Praxis, Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen. Sprechen Sie uns an! www.tanna-denkfabrik.de Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen! W giggles und парから wiederfilmen im handclen. W ist nicht die articulateden Steiner K�ß, Hierzu sind SAI Schrauben